Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit einem Film, den wir schon vor einer halben Ewigkeit, ich glaube in einer Presseverführung gesehen haben. Die Rede ist von Vergiftete Wahrheit, aka Dark Waters. Ein Film, den Christopher und Dom für euch besprochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob beide oder bloß der Christopher vorab die Gelegenheit hatten, ihn zu sehen, aber die Besprechung lag jetzt echt mehrere Wochen bei mir auf dem Server, denn es ist ja ein Film, der jetzt auch mehrfach verschoben worden ist und nun endlich in Kinos kommt. Ich freue mich sehr drauf, denn es soll sehr gut gewesen sein und lief ja auch schon bei einer Menge Festivals. Ich wünsche euch also mega viel Spaß und vielleicht das mal einen Film, wo man mal wieder ins Kino gehen möchte. Es folgt die Besprechung des Films Eine Frau mit berauschenden Talenten. Das ist ein Film, den konnten vorab Werner und Peter, glaube ich, waren es sehen. Die beiden Hübschen hatten hier die Gelegenheit für euch in eine Sneak Preview zu gehen, also ganz privat quasi. Das machen sie regelmäßig, auch hier eben zu jetziger Zeit, denn das sind zwei totale Kino-Freaks, die haben mega Bock auf Kino, gehen in Sneak Previews und da lief eben unter anderem auch eine Frau mit berauschenden Talenten, den sie gern für euch besprechen wollten. Es folgt die Besprechung des Films Black Box, das ebenfalls ein Film vom Blumhouse Special, das jetzt aktuell bei Amazon Prime Video startet und den haben sich Hannah und Tilo für euch gegeben und besprochen. Auch dabei wünsche ich euch total viel Spaß. Ich glaube, ich wünsche das dritte oder vierte Mal jetzt in dieser einen Moderation Spaß. Das macht total viel Spaß mit dem Spaß. Jau Leute, wenn ihr noch Zeit habt, dann hinterlasst doch mal Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Gibt es die Gelegenheit, das zu tun und wenn ihr da Feedback hinterlasst, dann wissen wir, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen, wie euch die Filme gefallen haben. Werdet ihr die aufgrund unserer Besprechungen überhaupt irgendwie vielleicht im Kino anschauen und so oder eben gar nicht, weil Corona und Kino und blöd. Das würde ich alles gerne von euch wissen wollen und da wollen wir euch einfach mit euch austauschen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, bewertet uns doch auf Webpodcast, auf zum Beispiel podcast.de, auf Google Podcast oder bei einer der Millionenhunderten weiteren Plattformen, die es so gibt für Podcastbewertungen. Wäre voll toll, würde uns helfen und uns auch vielleicht ein bisschen schöner machen. Ja, vielleicht machen Podcastbewertungen auch schön. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht viele Bewertungen. Bewertet uns also mal, dann werden wir vielleicht noch schöner. Leute, ist geil. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Vergiftete Wahrheit bzw. wie er in den USA lautet oder heißt Dark Waters. Und ja, ihr da draußen könnt jetzt entscheiden, welcher Titel euch besser gefällt. Jedenfalls auf Deutsch oder auf Englisch. Der Film startet am 16. April 2020. in unseren deutschen Kinos. Hat eine Laufzeit von zwei Stunden und sechs Minuten und bisher eine FSK-Freigabe ab sechs. Okay, warum nicht? Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass dieser Film eventuell noch in die Kinos kommt, angesichts der Corona-Krise, besprechen wir den heute. Mit wir meine ich zum einen mich. Ich bin der Dom, ich habe ihn aber gar nicht gesehen. Dafür haben wir aber jemanden hier, beziehungsweise habe ich jemanden heute hier, der ihn für euch vorab bereits in der Pressevorführung gesehen hat. Und damit begrüße ich recht herzlich den Christopher. Hi. Ein trauriges Hallo. Ja, vergiftete Wahrheit für vergiftete Zeiten. Na? Richtig. Die Zeiten an sich ziehen einen noch nicht heftig genug runter. Dann auch noch dieser Film, aber trotz alledem sollte man den gesehen haben. Genau. Bevor wir zur Handlung kommen, decke ich mal erstmal ab, wen wir hier im Cast haben. Das ist nämlich eine durchaus namhafte Besetzung. Wir haben im Cast Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins. Wow, der lebt noch. Bill Pullman und Victor Gaber, den ich auch im Trailer schon wieder erkannt habe, den kennen wir aus, woher kennt man den? Aus Titanic kennt man den oder aus der Serie Alias. Und William Jackson Harper, der kam mir im Trailer auch so bekannt vor, den haben wir zuletzt in Midsummer gesehen. Ja, und der Film ist von Regisseur Todd Haynes, der hat unter anderem schon Filme wie I'm Not There gemacht und zuletzt Wonders Truck. Aber bevor wir uns jetzt darin mal wieder versteigen, Christopher, klär uns auf. Diese überaus schreckliche, schreckliche Geschichte nimmt ihren Lauf im Jahre 1998. Robert Billott, gespielt von Mark Ruffalo, hat eigentlich ein sehr angenehmes Leben. Er ist gerade zum Partner gemacht worden in der Anwaltskanzlei, in der er tätig ist. Und diese Kanzlei ist eigentlich darauf spezialisiert, Chemiekonzerne zu verteidigen. Und gerade nachdem Robert Billott seine Beförderung ausgesprochen bekam und in Feierlaune war, erscheint ein Farmer in seinem Büro und sagt, er möchte diverse Chemiekonzerne verklagen, insbesondere den Chemieriesen DuPont, weil etwas passiert ist auf seiner Farm. Robert Billott weigert sich zunächst und sagt, das ist nicht meine Baustelle und ich könnte ihn Anwälte nennen, die das für sie tun könnten. Aber dieser Farmer sagt ja, ich kenne ihre Großmutter, mein Junge, und sie hat sie eindeutig dafür empfohlen. Und dann fährt er dann in diesen kleinen Ort Parkersville in West Virginia, wo seine Großmutter lebt, auf die Farm dieses Mannes und stellt dort fest, dass fast alle Kühe, die dieser Farmer dort hatte, es sind mittlerweile 190 gewesen, sind tot. Sie bekamen faule Zähne, ihr Magen hat sich aufgebläht und sie fingen an, aggressiv zu werden und verrückt zu spielen, dass er oft keine andere Wahl hatte, als sie zu erschießen. Und Robert Billott ist so schockiert von diesen Anblicken dort, dass er anfängt natürlich zu bohren und zu recherchieren und er findet folgendes heraus. Der Konzern DuPont hatte eine Giftmülldeponie in dieser Ortschaft eingerichtet, nur alles, was da deponiert wurde an Chemikalien und Abfällen, wurde nicht richtig isoliert. Und so konnte vieles davon in das Wasser gelangen, das dort in Flüssen verläuft. Aber nicht nur das, es konnte auch in die Trinkwasserversorgung gelangen. Das heißt, nicht nur die Kühe dieses Farmers sind dadurch vergiftet worden, sondern auch viele Einwohner von Parkersville und vielen anderen Städten nebenan. Die Kinder haben auch alle faule Zähne, manche Kinder sind sogar mit Missbildungen auf die Welt gekommen, aufgrund dieser Trinkwasservergiftung. Ach du meine Güte. Und DuPont, so findet Robert Billott heraus, war sich dem eigentlich im Klaren, war aber immer der festen Überzeugung, dass man ihnen das nicht nachweisen kann, dass auch niemand klagen würde, weil DuPont halt so ein wichtiger Arbeitgeber in dieser Region ist. Das ist ungefähr zu vergleichen, wie hier in Leverkusen mit Bayer. Also die haben dort, die spenden dort Gemeindezentren, Schulen, jede Menge öffentliche Ortschaften, die Menschen da besuchen und etwas machen können, werden halt finanziert von DuPont. Und dann beginnt eine wirklich große Schlacht, eine juristische Schlacht. Denn Robert Billott kann das nicht einfach ignorieren und er sagt auch seinen Partnern und Arbeitgebern, wir müssen da was unternehmen. Die stellen sich natürlich quer und wollen das nicht, aber er fängt an, Beweise zu sammeln. Und dann zieht sich das, zumindest das, was man im Film sieht, über einen Zeitraum von 1998 bis 2015. Und selbst dann, als wir dann nach diesen zwei Stunden zum Ende gelangen, ist es 2015 immer noch nicht vorbei. Und selbst heute noch geht Robert Billott vor Gericht und versucht, Gerechtigkeit zu erwirken und versucht auch Schmerzensgeld oder zumindest eine ordentliche Abfindung für die Leute zu erwirken, die dadurch vergiftet wurden. Und auch für ehemalige DuPont-Mitarbeiter, die bei der Arbeit diesen Chemikalien ausgesetzt wurden und auch dadurch vergiftet wurden und mehr oder weniger einfach von DuPont nach Hause geschickt wurden. Und ohne irgendwelche Formen von Entschädigungen. Okay, gut. Das, ja, war das jetzt die gesamte Handlung des Films? Im Großen und Ganzen, ja. Es gibt hier noch bestimmte andere Details, auf die man eingehen kann. Aber das ist so der Plot, der sich halt über diese zwei Stunden erstreckt. Okay, das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit natürlich. Genauer gesagt, auf einem New York Times Artikel, Artikel im New York Times Magazine, genau, namens The Lawyer Who Became DuPonts Worst Nightmare. Also der, ja, Rechtsvertreter, der zum schlimmsten Albtraum dieses Konzerns wurde. Von Nathiel Rich und das Drehbuch haben geliefert Mario Correra und Matthew Michael Carnahan, die ich persönlich nicht kenne, die aber unter anderem wohl, also einer von denen hat zumindest an, von Löwen und Lämmern mitgewirkt. Ist ja auch eher sehr politisch. Und Deepwater Horizon von Peter Burke, der ja durchaus auch eine gewisse politische Note in sich trägt. Und auch natürlich schon das Thema Umweltverschmutzung eigentlich in den Fokus rückt. Inwiefern macht sich das denn hier bemerkbar, dass man hier Leute an der Hand hat, die schon auch so ähnliche Sachen gemacht haben? Also eigentlich ein reiner Dramaregisseur, weil der Trailer, muss ich sagen, wirkte auf mich eher wie so ein Thriller. Wo würdest du den Film denn dann eher einordnen? In das komplette Gegenteil. Er ist auf eine sehr positive Art und Weise nüchtern, sachlich und dabei aber auch so einnehmend. Der hat so eine starke Sogwirkung und man kann seine Augen davon nicht mehr abwenden, obwohl der sich jeglichen Hollywood-Klischees verweigert. Ja, es gibt Szenen im Gerichtssaal, aber du siehst dann nicht, wie Mark Ruffalo das große leidenschaftliche Plädoyer hält. Und du siehst auch nicht dann irgendwelche Rumschreiereien in Büros und das Streben nach Gerechtigkeit und das Leiden dieser Leute wird gezeigt, aber auch nicht irgendwie ausgebeutet. Der Film ist sowas von ruhig, mit ganz ruhiger Hand inszeniert und dabei doch so unglaublich packend. Ich war bisher nicht so sehr vertraut mit Todd Haynes arbeiten, da muss ich wohl so einiges nachholen. Aber hier, nachdem ich das gesehen habe, muss ich sagen, The Irishman war nicht der größte Verlierer der letzten Oscar-Verleihung. Es war der hier, denn der hatte keine einzige Nominierung vorzuweisen und das ist ein echtes Verbrechen. Er wundert einen schon, weil im Trailer wird der ja auch schon so beworben. So ein bisschen, also da steht ja irgendwie von Participant, genau, die Firma, die zum Beispiel, also es wird hier Glauben gemacht, dass das so ein bisschen der neue Spotlight ist von den Machern von Spotlight. Und es geht ja durchaus auch in eine ähnliche Richtung, so rein sozialkritisch, investigativ und Spotlight war ja auch durchaus recht nüchtern inszeniert. Kommt ungefähr hin. Ein Film, mit dem ich den sehr viel lieber vergleichen würde, der ist nur schon 20 Jahre alt, ist The Insider von Michael Mann mit Russell Crowe und Al Pacino, wo es ja da um diese Tabakkonzerne ging, die ja da süchtig machende Mittel in Zigaretten getan haben. Der kommt denen von seiner Ästhetik, von seiner Bildersprache, von seiner kühlen, aber sehr fokussierten Inszenierung doch so am nächsten. Ja, machte bisher auch so ein bisschen den Eindruck auf mich tatsächlich. Also Spotlight ist zwar auch nüchtern, aber wirkte nicht so kühl tatsächlich wie der hier. Also dann hast du denn den Eindruck, dass er dann da schon irgendwie ein bisschen so leichte Thriller-Anleihen hat, dahingehend? So von der Stimmung her vielleicht? Nein, gar nicht. Thriller überhaupt nicht. Es ist einfach durch und durch schockierend, was Robert B. Lott da zutage fördert und auch wie die Gegenseite einfach agiert. Weil du hast den DuPont-Konzern, der nie wirklich ein Gesicht bekommt. Du hast einzelne Vertreter, die dann vor Gericht für ihn antreten. Du hast einzelne Konzernmitglieder, die man dann mal sieht. Aber DuPont schiebt ja dann eine ganz perfide Taktik. Die denken sich einfach, wenn wir diese Gerichtsverfahren immer wieder verzögern, verzögern oder eventuelle Gerichtsbeschlüsse anfechten, anfechten. Dann kann die Gegenseite ja irgendwann nicht mehr mithalten und kann nur pleite gehen, weil das sind einfache Leute und wir sind ja nun mal ein Konzern. Wir haben all das Geld der Welt. Und so geht DuPont dann auch vor. Deswegen zieht sich das ja über einen Zeitraum von über 19 Jahren hin bis zum Ende des Films und ist danach immer noch nicht vorbei. Du hast immer wieder Mark Ruffalo, der kleine Siege erringt. Zum Beispiel, dass dann ein Gesundheitskomitee Tests vornimmt, Leuten Blut abnimmt und feststellt, ja, diese Leute sind definitiv vergiftet worden durch eben die Chemikalien, die ins Wasser gelangten. Aber dann hast Du DuPont, die schon wieder das Verfahren anfechten, weil sie irgendwelche Gesundheitskommissionen auftreten lassen, die das Gegenteil behaupten. Und dann geht es schon wieder von vorne los. Und es ist auch auf der persönlichen Ebene sehr spannend zu sehen, wie sehr Robert Billott auch darunter leidet. Er hat dann auch mal einen völligen Zusammenbruch und muss ins Krankenhaus, weil ihn das so vereinnahmt. Und natürlich dann auch sein Leben zu Hause. Wir haben noch gar nicht über Anne Hathaway als seine Frau gesprochen. Die hat so den etwas undankbaren Part der vernachlässigten Ehefrau, die in solchen Filmen ja häufig vorkommt. Also sie, du hast diesen Moment, wo er ihr das alles erklärt und sie versteht und ist auf seiner Seite. Aber dann kommen dann natürlich solche Momente, wo sie dann auch dann zu ihm sagt, du bist nie da und die Jungs vermissen dich. Und ist dir eigentlich klar, dass wenn du so weitermachst und diese Gerichtsverfahren niemals zustande kommen, wir auch kein Geld mehr haben und die Jungs müssen von der Privatschule runter. Du hast schon diese Klischeeszenen von häuslichen Problemen, die dann immer in solchen Dramen vorkommen. Aber die sind von beiden so gut gespielt, dass die nicht negativ auffallen. Okay, dann hat Anne Hathaway dann hier vielleicht mal Möglichkeit, so ein bisschen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten auch ein bisschen zu glänzen. Weil man muss sagen, die hat ja in letzter Zeit sehr daneben gegriffen. Aber so richtig. Ob es jetzt mit diesem Netflix-Film war zuletzt, der jetzt gerade noch läuft oder vor kurzem online gekommen ist oder eben im Netz der Versuchung, der letztes Jahr lief mit McConney. Was wohl? Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber der soll wirklich eine Erfahrung sein, der Film. Was ich mir jetzt für eine Frage stelle, weil du ja meintest, dass sich das über so einen langen Zeitraum erstreckt. Wenn man jetzt überlegt, 1998 war ja noch nicht mal die Busch-Ära. Ja, also das heißt, dieser Prozess hat wirklich mehrere Präsidenten schon gesehen. Also da war ja Clinton noch dran. Danach kam Bush, danach kam Obama und ja, Trump hat er, ja gut, Trump erlebt er jetzt aktuell dann gerade noch mit, weil du meintest ja, der Film endet im Jahr 2015. Inwiefern fließt das denn damit ein? Also inwiefern beteiligt sich denn überhaupt beispielsweise die Bundesbehörde, vielleicht auch die EPA an der ganzen Misere? Das war jetzt nicht so präsent. Also du hast Robert Billords Recherchearbeiten, Gerichtsprozesse und immer wieder Leute, mit denen er konfrontiert wird, die halt davon betroffen sind. Aber den Wandel der Zeit kriegst du kaum mit. Das ist nicht so stark einsehbar. Du hast da halt eine Stelle am Anfang, wo er dann ein Gespräch führt in einer Telefonzelle und später benutzt er dann Handys und das soll so im Großen und Ganzen den Wandel der Zeit abdecken. Also obwohl sich die Geschichte über einen so langen Zeitraum hinzieht, ist das nicht wirklich irgendwie eine Time-Kapsel. Den Eindruck bekommt man da nicht. Okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt schlimm, weil das scheint ja, also so wie du das jetzt erzählt hast, das scheint ja auch eine relativ ländliche Gegend in den USA zu sein. Und da ist ja dann auch so ein bisschen, also da ändert sich ja dann auch eigentlich nicht so viel, sag ich mal. Das ist so traditionalistisch auch schon ein bisschen geprägt, so auf dem Land einfach. Ja, du hast halt hauptsächlich kühle Büroräume, dann hast du die Gerichtssäle und dann hast du halt die Provinzen da. Das sind immer so diese drei Locations, wo sich das hauptsächlich abspielt. Und dann auch solche, aber wie perfide das einfach ist, ohne jemals reißerisch zu wirken. Weil du kriegst halt die volle Bösartigkeit ab, man kann es nicht anders nennen, mit dem DuPont vorgeht, um sich zu verteidigen. Und dann machen die dann solche Sachen, wie selber Umweltbeauftragte zu der Farm des Mannes, der das ins Rollen gebracht hat, zu schicken und auch zu anderen. Und die präsentieren dann Ergebnisse, in denen sie sagen, es hat nichts mit dem Wasser zu tun oder Chemikalien von uns. Der Mann hat wohl einfach sich nicht gut genug um sein Vieh gekümmert. Und deswegen ist das alles verstorben. Ja, das kommt einem dann irgendwie auch schon bekannt vor. Wieder eigenverschulden, es wird irgendwie auch abgewälzt. Und wahrscheinlich fühlen sich die Regierungsorgane dann auch teilweise nicht verantwortlich dafür, weil es dann irgendwie, in Anführungsstrichen, Kleinscheiß ist. Ich muss zugeben, mich erinnert das Ganze, ich weiß nicht, hast du letztes Jahr diese Doku von Michael Moore gesehen, Erfahrenheit 11? Nein? Da musste ich auch dran denken. Ja, die habe ich gesehen. Und du meinst wahrscheinlich den Fall in seiner Heimatstadt, in Flint, Michigan, mit dem vergifteten Trinkwasser. Genau, genau. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und da war es eben auch Regierungsversagen. Also von Seiten dieses Governor Snyder, der einfach nicht rechtzeitig gehandelt hat. Und Obama hat das Ganze in seiner Amtszeit leider auch ziemlich runtergespielt, beziehungsweise relativiert. Und das hatte ähnliche Folgen wie hier. Gibt es denn durchaus da, also wo siehst du da zum Beispiel Unterschiede und Gemeinsamkeiten vielleicht? Was die Fälle angeht, nicht so viele. Also der Fall in Flint, Michigan, der war ja eher politisch begründet. Und der Fall hier ist ja ganz klar, geht von einem Konzern aus, der rücksichtslos, egoistisch und einfach unverantwortlich gehandelt hat. Und dann eben nicht zu den Konsequenzen seiner Taten stehen möchte. Ja, gut, natürlich kann man jetzt ins Feld führen, dass es in beiden Fällen natürlich irgendwie früher oder später dann doch politisch konnotiert ist, sage ich mal. Aber hier jetzt nicht so vorrangig, beziehungsweise ist es wahrscheinlich so, dass dieser Rechtsvertreter, der dann ja eigentlich so ein bisschen die Seiten wechselt, ne? Auch, dass der relativ, in Anführungsstrichen jetzt alleine gegen diesen Megakonzern steht. Wie wird denn eigentlich so sein, sein charakterlicher Wander gezeigt? Also ich hatte jetzt so mitgekriegt, also am Anfang ist er doch, soweit ich weiß, fast eine Art Lobbyarbeiter, oder? Ja, aber man sieht nichts davon. Also der Film, weil er eben so viel Zeit und Stoff abdecken muss, geht er halt sofort in die Vollen. Du hast halt seinen Job bei dieser Kanzlei, dann taucht dieser Farmer auf, er fährt dahin, er ist halt dann schockiert von dem, was er da sieht. Und dann begibt er sich auch schon darauf zu recherchieren und macht sich an die Arbeit. Und man könnte kritisieren, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell geht, aber er wirkt halt von Anfang an als ein sehr bodenständiger, freundlicher und warmherziger Mensch charakterisiert und dass er dann da anfängt zu recherchieren. Es ist nicht so, dass er dann sofort hier zum Helden des kleinen Mannes wird, sondern er denkt sich, da stimmt doch irgendwas nicht, ich sehe mir das mal genauer an und denke sich, das ist keine große Sache. Dann ist ja bald was schiefgegangen, ich vertrete diesen Farmer, er bekommt seine Entschädigung und dann ist es vorbei. Aber dann deckt er halt diese Sache auf, die riesengroß ist und schon seit Ewigkeiten so läuft. Und da ist halt der Punkt, wo er denkt, ich kann nicht mehr so weitermachen wie vorher. Fährt das denn irgendwie, also ist da, wo er dann die 190 Kühe da präsentiert bekommt von diesem Farmer oder eben eher nicht präsentiert bekommt? Ja, er sieht die Gräber. Ist das ein Schlüsselmoment schon irgendwie dann für seinen Charakter, um dann irgendwie auch eine Kehrtwende hinzulegen? Ja, das ist alles schon relativ früh. Und dann gibt es halt auch Momente, wo ihm das zu Kopf steigt und er im eigenen Haus dann da unter der Spüle rumwerkelt und sich die Wasserversorgung seines Haushalts genauer ansieht. Und Anne Hathaway fragt ihn halt, was machst du denn da? Bist du verrückt geworden? Und er steht nur auf und kann nur die ganze Zeit sagen, sie vergiften uns. Sie vergiften uns alle. Und dann setzt er sich hin und erklärt ihr all das. Und dann ist eben auch der Punkt, wo seine Frau auf seiner Seite ist und er sich dann auch bestärkt fühlt. Ich werde jetzt hier den ganz großen Prozess aufmachen, weil das ist notwendig. Okay. Hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und grenzen dann auch so ein bisschen die Zielgruppe ein, die sich das hier ansehen könnte. Oh ja. Nach der Presseverführung hat die Dame vom Verleih uns erzählt, dass sie auch Veranstaltungen organisiert, zusammen mit Greenpeace, wo dann auch der echte Robert B. Lott vorbeikommt und als Gastredner fungiert. Oh. Und da kann man sich dann auch im Internet drüber informieren. Und sie hat uns dann hier Infoblätter ausgeteilt über diese ewigen Chemikalien, wie sie heißen. Weil sie ja, wenn sie einmal in den Körper gelangen, nicht mehr abgebaut werden können. Ja. Diese PFOS, PFAS. Ich werde jetzt nicht vorlesen, wofür diese Abkürzungen stehen, weil das sind echte Zungenbrecher. Aber ich möchte hier nur diese eine Passage kurz vorlesen, die wirklich erschreckend ist. Weil das ist eine Stelle, die wird im Film auch gesagt. Man kann davon ausgehen, dass 99 Prozent der Menschheit sind mit diesen Chemikalien in Berührung gekommen und tragen sie in ihrem Körper. Es kann halt nicht, es muss halt nicht bei allen Leuten bedeuten, dass das so Krebs führt. Aber sie sind trotzdem da und sie werden nicht mehr abgebaut. Und dann stand hier auf diesem Infoblatt, seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Industriechemikalien der PFAS-Gruppe aufgrund ihrer besonderen technischen Eigenschaften in zahlreichen Produkten eingesetzt. Neben Kochgeschirr, Teflonpfannen, Outdoor-Textilien und Arbeitsschutzbekleidung werden sie auch in Polstermöbeln, Teppichen, Pizzakartons, Backpapier und ähnlichen Materialien mit Wasser-, Öl- und Schmutzabweisenden Beschichtungen wie Imprägniersprays und Feuerlöscherschaum verwendet. Also das Zeug ist überall. Und du hast es in dir, ich habe es in mir, so ziemlich jeder hat es. Es erinnert mich so ein bisschen, wenn man jetzt überlegt, es gibt ja hier seit, muss ich jetzt gerade dran denken, es gibt ja jetzt seit einiger Zeit hier in Deutschland jetzt die Bonk-Pflicht. Und das heißt ja, dass man diese Bonks auch nicht in den normalen Papiermüll, sondern in den Restmüll tun muss. Die dürften dann auch mit sowas beschichtet sein, ne? Vermutlich, ja. Also ja, es ist im Umlauf überall. Und die dafür verantwortenden Leute wussten das, aber haben sich nicht weiter drum geschert. Und man kann immer nur hoffen, dass dein Körper gut auf den Kontakt mit diesen Stoffen reagiert. Aber eine Flucht davor gibt es eigentlich nicht. Okay, ja. Es gibt zwar dann wahrscheinlich auch keine Flucht vor diesem Thema in diesem Film, aber wir versuchen es mal trotzdem. Ja, ich würde dich um dein Fazit bitten. Und zwar in dunklen Abwasserkanälen. 1 bis 5. Oder du kannst dir was aussuchen. Ne, passt schon ganz gut. Bleiben wir düster. Ja. Ich gebe 4,5 von 5 Abwasserkanälen. Oh, wow. Es ist ein auffühlender Film, ein erschreckender Film, ein wirklich dich einnehmender und nicht mehr loslassender Film. Und wenn wir über Zielgruppen sprechen, da muss man jetzt hier nicht genrespezifisch vorgehen. Es ist ein schreckliches Thema, das jeden betrifft. Und darum sage ich auch, den sollte sich wirklich jeder ansehen. Der Film ist großartig und spricht über Dinge, die jeder wissen sollte. Und darum hoffe ich auch, dass er so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommt. Okay, ja. Ob er die dann bekommen wird, gesetzt den Fall. Sei es jetzt angesichts der aktuellen Lage oder aber, ja, wir wissen ja noch nicht, was kommt. Wir müssen dazu anmerken, wir nehmen diesen Podcast hier weit vor Kinostart auf, wenn er denn überhaupt erfolgen sollte. Ansonsten, ja, gibt es den Film ab 16. April 2020 in unseren Kinos zu bewundern. Wenn ihr ihn sehen könnt, zu dem Zeitpunkt schon, wir wissen ja nicht, was ist. Ich glaube, genau, wir nehmen den einen, ja, einen Monat im Voraus, nehmen wir heute diesen Cast auf, ne? Richtig. Genau. Und deshalb können wir noch gar nicht beurteilen, was bei euch da draußen jetzt gerade los ist oder, ja, inwiefern sich das noch ändern wird. Aber, ja, wir fischen da so ein bisschen im Trüben, passend zu diesem Film, ne? Ja, vielen Dank, Christopher, für deine Meinung und deine Zeit. Ich danke dir und finde es auch gut, dass du immer noch die Laune oben halten kannst. Angesichts der aktuellen Zeit und angesichts, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja, dann hoffen wir mal auf bessere Zeiten, wo wir dann nicht mehr so, ja, krisenstabtechnisch im Trüben fischen ein Stück weit und wünschen euch noch gegebenenfalls viel Spaß im Kino und eine gute Zeit oder eine gute Zeit daheim, je nachdem, was läuft. Christopher, mach's gut und, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier beim Tele-Stammtisch. Am Mikrofon ist der Peter und ich bin heute nicht alleine. Ich nehme heute mit dem Werner auf. Werner, servus. Moin, moin. Wir haben zusammen vor zwei Wochen einen Film in der Sneak Preview erwischt und der nennt sich eine Frau mit berauschenden Talenten. Jetzt habe ich es Gott sei Dank mal richtig ausgesprochen. Wir haben immer mal wieder getüftelt, was denn dieses letzte Wort ist und haben es immer mal wieder falsch gesagt. Im Französischen heißt der Film La Daronne. Also natürlich habe ich es jetzt wahrscheinlich eher falsch ausgesprochen, weil ich natürlich kein Französisch kann. Das ist so ein Mix aus einem Krimi beziehungsweise einer Komödie und der wurde von Jean-Paul Salome inszeniert. Also das ist quasi der Regisseur. Und mitgespielt haben unter anderem Isabelle Huppert, Hippoite, Giardot. Ich glaube die anderen Namen, die kann man sich fast sparen, weil die können wir weder richtig aussprechen noch richtig verstehen. Ja, das wird glaube ich schwierig. Vielleicht noch eine Liliane Rouvere eine Erwähnung wert. Also wie gesagt, immer mit diesen Namen müssen wir ein bisschen rumtüfteln. Die haben wir wahrscheinlich jetzt alle falsch ausgesprochen. Ich würde jetzt mal sagen, Werner, was ist denn die Story von einer Frau mit berauschenden Talenten? Ja, in den Filmen geht es eben um diese Frau, die Patience Pardefoe oder wie man das ausspricht. Wir hatten es ja gerade von den französischen Namen. Die ist bei der Polizei, hilft dort bei den Drogenermittlungen und hat eine kranke Mutter, die im Krankenhaus liegt. Ne, nicht im Krankenhaus, sondern da... Die ist im Altersheim, glaube ich. Genau, Altersheim war das. Und deswegen wird das Geld knapp und daher entschließt sie sich dann von der Polizei zur dunklen Seite zu wechseln und selbst die Drogen zu verkaufen, hinter denen sie und ihr Team her sind. Genau, also dieses berauschend im Titel sagt vielleicht schon, in welche Richtung das dann im Endeffekt geht. Was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen, also der Film, der geht jetzt keine zwei Stunden, der geht 104 Minuten. Eine Altersfreigabe habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich schätze mal, das wird aber so auf ein FSK 12 rauslaufen, vermute ich jetzt mal, weil also die Sprache ist jetzt nicht so vulgär, wie ich das gedacht habe. Und ja, also die Geschichte selbst ist vielleicht nicht kindertauglich. Also gehe ich mal davon aus, dass es ein FSK 12 ist. Ja, das ist offiziell hier, sehe ich gerade. Okay. Erstmal grundlegende Frage, Werner. Wie hat dir diese französische Krimi-Komödie an sich gefallen? Nicht so gut wie manch andere, weil Komödien können die Franzosen eigentlich recht gut. Da gab es schon einige Highlights und im Vergleich dazu war dieser Film dann doch eher bestenfalls Durchschnitt. Also meinst du quasi 0815? Ja, das trifft's. Okay. Ja, ich würde sagen, weil, man muss ja auch nur dazu bedenken, ich und der Werner, wir waren zusammen im selben Kino, mal wieder in der Sneak Preview, weil das unser Ding eigentlich ist. Immer Dienstags. Und ja, also ich muss sagen, bei diesem französischen Film, also ich konnte den jetzt eigentlich gut annehmen. Ich fand den auch teilweise sehr lustig. Ich weiß nicht, hast du auch hin und wieder mal lachen müssen? Ja, es gab auf jeden Fall ein paar lustige Szenen, aber die haben sich dann halt eben mit diesem ganzen anderen Zeug vermischt, was der Film uns zeigen wollte. Und das hat dann einfach kein stimmiges Ganzes gegeben. Weißt ja, glaube ich, was ich meine. Ja, genau. Also ihr müsst ja auch bedenken, es ist jetzt keine reine Komödie, wie man das vielleicht von den Franzosen kennt. Also das ist eigentlich so ein bunter Mix aus einer Kriminalgeschichte, weil diese Frau ja letztendlich, obwohl sie ja eigentlich bei der Polizei arbeitet als Übersetzerin, dann auf Mittel zurückgreift, die eine Polizistin oder eine Beamte in ihrem Status normalerweise nicht macht. Ja, und würde ich dich gerade mal fragen, Werner, was genau macht die Patience oder Patience? Ja, die tut dann halt eben die Ermittlungen manipulieren. Irgendwann übersetzt sie nicht mehr richtig und tut die Ermittlungen eben fehlleiten, damit sie sich selber die Drogen schnappen und diese dann teuer verkaufen kann, um sich selbst ein besseres Leben leisten zu können und eben auch ihrer Mutter was bieten zu können. Ja, die gerät auf die schiefe Bahn, kann man fast sagen. Und Anfang tut der Film ja als Thriller, kann man fast sagen. Da geht es einfach nur um die Ermittlungen. Dann kommt die Mutter mit ins Spiel, wo es ein bisschen dramatisch werden sollte. Dann kommt die Portion Humor dazu, von der wir es ja schon hatten. Und am Ende hat man von allem ein bisschen was. Aber ja, das Ganze ergibt einfach kein gutes Gesamtbild in meinen Augen. Ja, also die Franzienz, also die greift ja auf ein Mittel zurück. Also sprich, sie wird so einer Art Drogenbaronin, kann man ja schon fast sagen. Und das ist halt der komplette Widersatz zu ihrem Job letztendlich, weil auf der einen Seite will sie ja das Gesetz irgendwie verkörpern, weil sie ja der Polizei versucht zu helfen. Und auf der anderen Seite denkt sie sich, ach, so ein bisschen mehr Geld in der Tasche wäre auch nicht schlecht. Und ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man so sagen will. Ja, also es gibt dabei durchaus einige lustige Szenen und auch ein paar lustige Dialoge, gerade was die Nachbarn angeht und die Feier, die es dort dann zu sehen gibt. Oder vor allem der Freund. Genau. Da sind auf jeden Fall ein paar richtig gute Szenen dabei. Das macht dann in einigen Momenten auch wirklich Spaß. Aber dann kommen halt eben wieder diese andere Seiten hervor, die dann einfach nicht zum Davor-Gesehenen richtig passen. Ja, also was meinst du jetzt direkt, was jetzt so dir vielleicht schlecht in Erinnerung geblieben ist bei diesem Film? Meinst du jetzt so die Geschichte an sich oder dass jetzt vielleicht ein paar Handlungen zu vorhersehbar waren? Zu vorhersehbar sowieso. Also wirkliche Überraschungen gibt es ja wenige in dem Film. Das ist allerdings nichts Schlechtes, weil Unterhaltung ist ja trotzdem geboten. Aber der Film überzeugt halt eben in keiner Richtung. Also nicht was den Humor angeht, ist er besonders großartig, sondern hat nur ein bisschen was zu bieten. Nicht was die Spannung angeht, hat er besonders viel zu bieten. Nicht was die Story angeht, ist er besonders großartig. Er ist in allen Bereichen ganz nett. Hier und da mal ein bisschen besser. Aber diese kleinen einzelnen Dinger fügen sich einfach nicht zu einem großen Ganzen zusammen, sondern bleiben eben klein. Ja, also sie bleiben alle. Also der Ansatz stimmt vielleicht, aber so die Durchsetzung ist vielleicht nicht gelungen quasi. Genau, richtig. Also da gibt es andere Genre-Vertreter, die das viel besser gemacht haben. Da fällt mir zum Beispiel Paulette ein, der ist von 2013 glaube ich, 2012. Ist auch eine französische Komödie, wo auch eine Oma Drogen verkauft. Da hat es dann wiederum gepasst mit Geschichte, Humor und dem Ganzen. Also wer diesen Film in Gutsinn sehen will, der sollte sich Paulette angucken. Aber, ja, Zeitverschwendung ist eine Frau mit berauschenden Talenten. Ha, nicht Fähigkeiten. Zeitverschwendung ist der Film auf jeden Fall nicht. Ja, also würde ich so auf jeden Fall auch unterzeichnen. Also ich fand, ich war eigentlich relativ gut unterhalten. Also ich kenne ja den französischen Film mittlerweile auch sehr gut. Hatte da in den letzten Jahren einige sehr gelungene Überraschungen eigentlich. Bei diesem Film jetzt, ja, sehe ich eigentlich auch ein paar kritische Punkte wie du. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen war ich da unter diesen zwei Stunden sehr gut unterhalten eigentlich. War eigentlich sogar leicht überrascht, wenn ich ehrlich bin. Und ja, also sagen wir mal, gehen wir mal Richtung Schauspielerebene. Was sagst du, welche Person hat die jetzt vielleicht am meisten imponiert? War es jetzt vielleicht die Hauptdarstellerin selbst oder vielleicht sogar eine Randfigur? Ne, also das war wirklich Isabel Huppert, also die Hauptdarstellerin. Die hat wirklich eine richtig gute Performance abgeliefert und trägt den Film auch wirklich komplett. Da kann der Rest vom Cast bei weitem nicht mithalten. Und dementsprechend muss ich sagen, für diese Art Film war sie als Hauptdarstellerin wirklich gut. Und der Rest vom Cast, ja, man könnte fast sagen, mittel zum Zweck bis solide. Also ich sehe jetzt gerade noch zeitgleich, also Isabel Huppert ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Die ist eine, sage ich mal, eine größere französische Darstellerin. Und da muss ich auch sagen, die hat ja den Film mehr oder weniger getragen. Liegt jetzt auch daran, dass sie ja die titelgebende Figur ist letztendlich. Und ja, ich war jetzt auch eigentlich positiv von ihr überrascht. Es gab auch so zwei, drei Nebenfiguren, die fand ich auch ganz spaßig und unterhaltsam. Und auch diese Komponente mit ihrem Freund, der gleichzeitig ihr Chef ist und quasi Oberkommissar in dieser Wache oder in diesem Polizeiamt, macht das Ganze dann im Endeffekt am Ende sogar ein bisschen spannend, finde ich zumindest. Ja, es gab auf jeden Fall ein paar spannende Szenen. Das will ich dem Film nicht absprechen. Und auch die Nebencharaktere von ihren beiden größten Kunden, die zwei Jungs, die haben für einige gute Momente gesorgt. Also auch wirklich lustig, gut gespielt. Und das hat schon was hergegeben. Also ich will den Film jetzt nicht komplett schlechtreden oder zerreißen, aber ja, so ganz überzeugt hat er mich einfach nicht. Ja, wäre vielleicht so eine Art Direct-to-DVD wohl eher, oder? Anstelle eines Kinofilms. Ja, genau. Also so DVD-Release oder Video-on-Demand wäre der Film eigentlich perfekt. Aber in Zeiten wie diesen, sage ich mal, wo die Highlights nahgesehen sind, ne? Genau, wo das Programm ein bisschen dünn gesät ist, da muss ich sagen, ist dieser Film auf jeden Fall eine solide Wahl. Also lieber gucke ich mir den im Kino an, als nichts, weil ja momentan alles verschoben wird. Ja, aber ich würde sagen, es ist eine Abwechslung auch zum deutschen Film. Da fehlt ja auch gerade so ein bisschen die Präsenz oder die Qualität von richtig guten deutschen Filmen. Und dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn da ein französischer, also ein kleiner französischer Film auch mal mit dabei ist. Ja, also die französischen Filme, die haben ja auch ihre Fans hier in Deutschland völlig zu Recht, wie ich finde. Ja, ich kann ihn sich angucken. Würdest du den Film speziell jemandem empfehlen oder sagst du, da ist eigentlich relativ breite Zielgruppe angesprochen? Also ich würde den Film wirklich speziell den Fans von den französischen Komödien empfehlen, weil die haben ja doch so ihren eigenen Stil, kann man fast sagen. Und wer eben Fan der französischen Komödien ist, der macht mit diesem Film jetzt nichts falsch. Ja, also glaubst du vielleicht auch, dass der französische Film gleichzeitig auch so eine kleine Konkurrenz zum deutschen Film mittlerweile geworden ist? Für das deutsche Publikum an sich nicht. Für mich meiner Meinung nach schon, weil das halt eben dann doch so, ja, man könnte fast sagen, die einzige Konkurrenz ist, die man bei uns im Kino hat. Das sind eben die französischen Filme, die deutschen Filme. Und drumherum kommt ja nicht wirklich viel. Ja, also wenn wir es gerade von Nachbarländern haben, dann könnte ich euch hier an dieser Stelle vielleicht noch Corpus Christi empfehlen. Der ist ja zum Beispiel als fremdsprachiger Film ins Rennen gegangen bei den Oscars. Und den fand ich zum Beispiel richtig, richtig gut. Ja, und er hat von seiner Absurdität eigentlich auch so leichte Komponente wie jetzt dieser Film hier. Da sehe ich auch kleine Parallelen, weil da spielt zum Beispiel ein Verbrecher ein Priester im Endeffekt. Also so eine leichte Parallelität ist da auch vorhanden. Aber ich finde auch, dass das quasi ein weitaus besserer Film ist als dieser hier. Aber wie gesagt, da war ich, also bei einer Frau mit berauschenden Talenten, das habe ich glaube ich richtig gesagt, war ich auf jeden Fall gut unterhalten. Und weißt du, hast du noch einen offenen Punkt? Ansonsten könnten wir jetzt glaube ich langsam wahrscheinlich zum Fazit kommen, oder? Eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar ist halt das Verhalten teilweise in Filmen so ein bisschen, ja man könnte fast sagen, unlogisch, nicht nachvollziehbar. Und gerade das Ende hat mir dann absolut gar nicht gefallen. Also die Auflösung dann quasi von der ganzen Geschichte? So ungefähr. Aber es geht um das Thema, sagen wir mal, Essen. Am Ende holt sich ein Mann, sage ich mal, was zu essen. Und ich habe mir gedacht, im Ernst jetzt, wir sind jetzt... so weit. Aber dann passiert das. Ne, das war mir dann doch wieder ein bisschen zu gewollt. Ja, also die Auflösung an sich von der ganzen Geschichte fand ich dann auch eher plump. Bisschen unspektakulär. Also dafür, dass das eigentlich so die Jagd auf die große Unbekannte in diesem Film ist, war das Ende etwas unspektakulär. Und fand ich auch so ein bisschen langweilig. Das hat ein bisschen mehr eigentlich hergegeben, als das im Endeffekt rausgekommen ist. Ja. Okay. Machen wir Fazit. Wir vergeben natürlich wieder dann die gängigen fünf Punkte. Oder was können wir hier in diesem Fall bei diesem französischen Highlight sagen? Oder was können wir da vergeben? Talente. Wir vergeben... Ach so, fünf Talente. Okay, alles klar. Ja. Gut. Ich würde mich mal vordrängeln. Ja. Alles klar. La Daronne, wie es im französischen heißt und nicht wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, ist ein unterhaltsamer Streifen. Er hat, wie gesagt, mich häufig mal zum Lachen gebracht. Ich finde die Umsetzung ganz okay bis mittelmäßig. Und für einen französischen Film, ja, also da warte ich jetzt kein Meisterwerk an sich und bei einer Krimi-Komödie schon mal gar nicht. Wie gesagt, es gibt so Teile von dem Film, wo jetzt mich auch nicht so richtig vom Hohr gerissen haben. Diese ganze Auflösung, wie sie da quasi, ja, ihr Leben dann am Ende weiterlebt, ja, hat mir nicht so ganz imponiert. Und deswegen gibt es von mir am Ende nur, ach, wo bleibe ich denn jetzt? Also ich tendiere gerade so zwischen zweieinhalb und drei. Ich entscheide mich aber letztendlich von drei von fünf französischen Talenten. Jetzt bist du dran. Okay. Ich bin ja jetzt froh, dass du drei von fünf Talenten gesagt hast, weil bei mir landet der Film bei durchschnittlichen zweieinhalb von fünf Talenten. Der Film ist gerade in Anbetracht der anderen französischen Komödien einfach nicht mehr als Durchschnitt und überzeugt halt eben in keinen der vielen Punkte so richtig. Er hat seine unterhaltsamen Momente, er hat gute Schauspielerinnen, er bietet ausreichend Unterhaltung und man kann sich auf jeden Fall angucken. Allerdings muss man ihn nicht unbedingt gesehen haben. Und da er, wie gesagt, komplett der Durchschnitt ist, kriegt er zweieinhalb von fünf Talenten von mir. Okay. Also am Ende wird er runtergestuft auf zweieinhalb von uns insgesamt letztendlich. Okay. Wie gesagt, wir würden euch vielleicht empfehlen, das Ding vielleicht als Direct-to-DVD oder beziehungsweise dann im Endeffekt als DVD anzuschauen, weil im Kino, gut, es gibt jetzt nicht so viele Highlights, aber das hier ist auch kein Highlight, was man unbedingt im Kino anschauen muss. Ich denke, da gehen wir alle Hand in Hand. Das auf jeden Fall. Allerdings würde ich an die Zuschauer appellieren, wer die Gelegenheit hat, ins Kino zu gehen, tut es, unterstützt die Kinos. Und wenn es dieser Film sein soll, dann macht ihr damit auch nichts verkehrt. Ich würde sagen, einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao. Hallo, liebe Filmfreunde und Tele-Stammtischhörer. Hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München. Und heute möchte ich mit euch wieder einen Film sprechen von Blumhaus, wieder mal zur Verfügung gestellt, die ja inzwischen recht renommiert sind, was so Indie-Horrorfilme der etwas anderen Art betrifft. Und das will ich aber auch wieder nicht allein machen, denn ich habe zum Glück auch die liebe Hanna bei mir. Grüß dich. Hallöchen. Und wir beide haben uns den Film angeschaut. Den Stream haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Blumhaus. Und ja, es ist ein Film, der geht Richtung Horror-Thriller, würde ich mal sagen. Was sagt die IMDb dazu? Es ist Horror-Science-Fiction-Thriller, so in die Richtung, von 2020. Am 6. Oktober soll er rauskommen von Amazon Prime. Produziert also auf Amazon. Könnt ihr den Film dann anschauen. Ich weiß nicht, ob das dann auch eine deutsche Synchro hat. Wir haben den Film erstmal auf Englisch schauen können. Der Film ist eine Stunde 40 Minuten lang. Und Regie führte ein gewisser Emanuel Osei Kufour. Ich glaube nicht verwandt oder verschwägert mit dem Fußballspieler damals von Bayern München. Der Cast ist gespielt von Mamadou Adi, Felicia Rashid, Amanda Christine und Tosin Morohunfola. Das sind alles sehr exotische Namen. Denn der Cast ist fast komplett schwarz, kann man so sagen. Und so sind eben die Namen dann auch etwas exotischer. Gut, Hanna, du wolltest erzählen, worum es in dem Film überhaupt geht und du hast versprochen, es zu machen, ohne zu spoilern. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also es geht um den Nolan. Das ist der Vater einer Tochter und der hatte einen Autounfall und er hat sein Gedächtnis verloren. Und jetzt versucht er sein Gedächtnis wiederzufinden und da trifft er auf eine Ärztin, die sehr bemüht ist, ihm zu helfen. Und mehr verrate ich nicht. Das ist aber schon sehr, sehr kurz abgerissen. Also man kann schon, ohne zu spoilern, im Trailer ist es ja auch zu sehen, dass er halt, ja, er hat sein Gedächtnis verloren, beziehungsweise er hat sehr Probleme mit seinem Gedächtnis, weil seine kleine Tochter, die Ava, die muss ihm dauernd helfen im Haushalt und im Alltag, weil er irgendwie nichts mehr so richtig weiß. Überall hängen so Zettel, das gehört hierhin und das dahin und sie muss ihm auch die Krawatte binden. Aber er vergisst sie zum Beispiel zu abholen von der Schule, was dann zu großen Problemen führt und so weiter. Und deswegen ist er sehr picht darauf eben, dass das mit seinem Gehirn wieder in die richtige Richtung geht. Und deswegen macht er bei einer Ärztin, die eine neue, ich sag mal, revolutionäre Technik und Therapie in die Richtung hat, traut er sich da in die Therapie zu gehen, damit das besser wird. Und dann passieren natürlich, wie man sich denken kann, Dinge, die so nicht geplant sind und es wird ein bisschen gruselig auch. Ich glaube, das reicht, ohne zu spoilern, kann man, glaube ich, so viel erzählen. Genre-Kenner können sich, glaube ich, schon vorstellen auch, in welche Richtung es dann so ein bisschen geht, dass diese Therapie dann so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Aber ja, ich würde sagen, man sollte sich den Film selber anschauen, weil mehr wollen wir jetzt eigentlich auch nicht verraten. Das Einzige, was wir verraten wollen, ist, wie uns der Film denn gefallen hat. Und jetzt kommst du wieder, Hannah. Okay, also ich will nicht übertreiben, aber ich war wirklich richtig begeistert. Ich habe mir den Trailer auch gar nicht komplett angeschaut, sondern nur so ein bisschen, ja, okay, sieht okay aus. Und dann habe ich mich halt gar nicht damit befasst, sondern habe einfach nur den Film gestartet und es war eine Achterbahn der Gefühle und ich bin wirklich, wirklich richtig glücklich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wie fandst du denn den Film? Also ich muss sagen, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Ich habe auch den Trailer jetzt nur so mal kurz reingelinzt. Ich mag eigentlich Trailer nicht. Die Spoiler mir inzwischen zu viel. Die sind auch zu lang geworden. Aber es sah eigentlich interessant aus. Und dann habe ich beim ersten Minuten gucken, habe ich erst mal festgestellt, dass die Darsteller ziemlich gut sind. Also das ist ja bei so Indie-Produktionen, gerade bei so Nischen und Genre-Filmen nicht immer der Fall. Und die waren richtig gut. Also dann ist mir auch aufgehalten, diese Ärztin, die kam mir irgendwie bekannt vor und dann habe ich geschaut. Okay, ist es wirklich Phylicia Rashid, die damals die Claire Huxtable, die Frau vom Bill Cosby in der Bill Cosby Show gespielt hat? Wahrscheinlich kennst du das nicht, bist wahrscheinlich zu jung. Das habe ich als Kind immer geguckt. Ach, klar kenne ich das. Ja, okay. Aber heutzutage weiß man das nicht. Es gibt ja so viel zu gucken. Aber insofern war das natürlich eine Held meiner Jugend irgendwie. Und von der wusste man ja auch, dass ich spielen kann. Und also der ganze Cast ist wirklich exzellent, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die deutsche Synco das nicht kaputt macht. Da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt kein so ein Schnellschuss oder so ein billig runtergekurbelter Genre-Film. Und auch von der Produktion, vom Schnitt, von der Kamera. Ist einfach ein gut gemachter Film, der wahrscheinlich trotzdem nicht viel gekostet hat. Denn es ist ein überschaubarer Cast. Und so viel irgendwie Special-Effekts gibt es jetzt auch nicht. Obwohl da schon ein bisschen was geboten ist. So ist es nicht. Auch teilweise echt gruselig. Und insofern muss man sagen, ist es ein qualitativ überdurchschnittlicher, wenn auch wahrscheinlich günstig gedrehter Genre-Film. Würdest du das unterschreiben? Ja, obwohl ich ehrlich gesagt nicht unbedingt das Genre Horror unterschreiben würde. Also ich fand den jetzt eigentlich nicht so gruselig. Es gab ein paar Elemente, klar, die sollten so ein bisschen erschreckend sein. Aber ich würde es echt nicht als Horrorfilm bezeichnen. Ja, es spielt so rein ins Horror-Genre. Also es überschneidet sich da schon ein bisschen. Also so zarte Gemüter müssten da auch schon ein bisschen auf der Hutze, weil es gibt schon so diese Therapie-Sessions, die sind teilweise schon so ein bisschen spooky, will ich mal sagen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für eine FSK-Freigabe der bekommt. Bei den Streaming-Diensten ist es ja auch immer anders. Aber ich schätze mal, so eine 16 wird er auf jeden Fall schon kriegen. Ich glaube, für Zwölfjährige ist er schon ein bisschen zu gruselig. Ja, das kann schon sein. Ja, und das, was mir allerdings ein bisschen aufgestoßen ist, beziehungsweise eigentlich schon relativ viel sehr aufgestoßen ist, ist, als ich dann so gesehen habe, okay, das ist ein komplett schwarzer Cast zum Beispiel. Und da geht es dann eben um Gedächtnis und solche Sachen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Get-Out-Aufguss irgendwie. Hast du Get-Out gesehen? Ehrlich gesagt nicht, nee. Dann verstehe ich, dass du damit keine Probleme hast. Denn leider muss man sagen, ist der Film auf jeden Fall in Fahrwasser von dem Erfolg von Get-Out und versucht da so schon irgendwie reinzukommen und da schon erfolgreich zu werden. Das ist so ein bisschen wie diese Asylum-Filme, die ja auch dann irgendwelche erfolgreichen Rezepte nehmen, billig dann irgendwas runterkurbeln, was so ähnlich ist. Jetzt will ich das nicht vergleichen mit Asylum, weil einfach die Produktionsqualität einfach viel zu hoch ist. Aber da ist schon sehr, sehr viel ähnlich. Und das hat mich echt ein bisschen gestört, weil man dann teilweise auch schon wusste, in welche Richtung es geht. Also dann habe ich schon so diesen einen oder anderen Twist auch schon leider um die Ecke lauern sehen. Und das hasse ich bei Filmen total. Deswegen kann ich jetzt dem nicht so wahnsinnig viel Zuspruch geben wie du jetzt vielleicht. Okay. Ja gut. Also ich konnte mir auch schon einiges denken, aber trotzdem war es so gut und so spannend gemacht. Also es ist wirklich ein Film, auf den man sich auch konzentriert. Das ist jetzt nicht so, dass man Netflix und chill und guckt währenddessen aufs Handy, sondern es ist wirklich auch ein fesselnder Film, wo man auch gerne tatsächlich hinguckt. Das ist richtig. Man muss schon aufpassen. Also den soll man nicht so nebenbei flimmern lassen. Da muss man sich schon Zeit und Konzentration für nehmen. Da ja auch am Anfang, das ist ja so ein Rätsel, so ein bisschen so ein Puzzle. Er hat ja diese Erinnerungen, die gar nicht seine sind. Er kann sich das nicht erklären und recherchiert dann. Und das finde ich halt immer geil, wenn du selber nicht weißt, wo geht es hin. Und du weißt im Grunde genauso wenig oder so viel wie der Hauptdarsteller. Und bist du immer am Rätseln. Ja, was steckt jetzt dahinter? Das hat der Film auch wirklich toll gemacht. Und deswegen hat er da auch wahnsinnig Spaß gemacht am Anfang. Und gegen Ende wurde mir dann leider zu generisch ein bisschen. Dann habe ich, wie gesagt, das alles schon so ein bisschen um die Ecke kommen sehen. Und ja, und das war mir dann halt auch zu ähnlich, was Get Out betrifft. Und man merkt schon sehr, sehr deutlich, dass die dem Erfolg von diesem Film nacheifern wollten. Deswegen ist das so ein bisschen Wermutstropfen für mich bei dem Film. Und für dich, Hada, ist dann absolute Hausaufgabe, sofort Get Out anschauen. Kommt auf meine To-Do-List, alles klar. Der war wirklich toll. Das war wirklich frischer Wind in dem Genre. Auch eben was dieses Thema Rassismus und Schwarze betrifft, was in dem Film jetzt gar nicht vorkommt. Es ist nur halt ein total schwarzer Cast. Aber die Ähnlichkeiten sind teilweise schon frappierend. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass der Film schlecht ist. Im Gegenteil ist, ich sage immer, besser gut geklaut als schlecht erfunden. Und deswegen kann ich den Film absolut empfehlen. Genauso wie du. Du schwer begeistert warst. Schwer, ja. So schwer. Wie schwer warst du denn begeistert? Gib mir doch mal eine Anzahl von Sternen oder Blackboxen, die du dem Film geben würdest von 5. Ich kann leider nichts anderes sagen als 5 von 5. Ich war wirklich restlos begeistert. Ich fand diesen Film wirklich richtig, richtig, richtig gut. Wow. Ich habe ihn auch schon zwei Leuten weiterempfohlen. Also damit würde es auch nicht enden. Den kann man auch empfehlen. Absolut. Wenn man Amazon Prime hat, würde ich auch sagen, schaut ihn euch an, wenn ihr so Genre-Filme mögt. Und wenn euch Get Out gefallen hat oder ihr auch vielleicht Get Out noch nie gesehen habt, so wie die Hannah aber interessiert seid, dann gebt dem Film auf jeden Fall eine Chance. Ich würde jetzt nicht so ganz weit gehen, auch weil ich eben so ein bisschen dieses Geschmäckle hatte, weil das für mich dann doch nicht so originell war. Ich würde ihm 3,5 geben von 5. Okay. Na dann wäre uns ja... Er war nicht scheiße. Nein, scheiße, aber auf keinen Fall. Ist ja ein guter Film. Du fandest ihn sogar sehr gut. Ist ja auch okay. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich nicht ganz deiner Meinung bin. Aber ja, ich habe ja die Gründe genannt, warum ich ihn jetzt nicht so ganz in den höchsten Tönen loben will. Aber absolut gelungenes Werk. Absolut toller Genre-Film. Super gespielt. Also das ist mir echt aufgefallen. Und die ganze Produktion ist einfach stimmig. Und wenn man sowas mag, dann unbedingt anschauen. Oder eben, wenn man jetzt kein Amazon Prime hat, dann kann man sich den ja irgendwo anders dann wahrscheinlich mal anschauen. Vielleicht kommt ja auch mal im Fernsehen. Gut. Ja, hast du sonst noch was zu sagen zu dem Film? Außer, dass du ihn 5 von 5 gibst. Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Dann ist ja eigentlich alles gesagt. Weil spoilern wollen wir ja nicht noch mehr. Richtig. Dann haben wir eine Empfehlung für diesen Film. Einmal gut bis sehr gut von Hanna und mir. Und dann würde ich sagen, ja, schaut euch den Film an, wenn euch sowas gefällt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Applaus